Dritter Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga, die Iserlohn Roosters empfangen die Schwenninger Wild Wings, die wollen die ersten drei Punkte der Saison einfahren und Iserlohn heute zum ersten Mal mit Andi Jenicke im Tor, der Neuzugang aus Nürnberg musste dann im ersten Drittel auch gleich mal sein können unter Beweis stellen, hier die erste Möglichkeit für Schwenningen, Touresson wurde schön angespielt, jetzt weiter 0 zu 0, die Salona Fans sahen dann einen stärker werdenden IEC, der sich mehr Chancen erarbeitete, brachte mehr Druck ins Spiel im ersten Drittel, hier ist es Höffel, der sich hinten gut durchsetzt, dann nochmal die Möglichkeit und dann gelangt die Scheibe zu Ryan O'Connor, der schießt einfach mal drauf und es macht Pling, Pfostentreffer in der 17. Minute, Dustin Strallmeier im Tor, der Schwenninger im Glück und Paul Thompson, der gesagt hat, wir haben zwei Schritte zurückgemacht, jetzt müssen wir drei nach vorne machen und das haben sie im zweiten Drittel auch beherzigt, aber es ging erst mal einen Schritt zurück, Den Iserlohn mit der Führung im zweiten Drittel, 30. Spielminute, der Mann, der vorhin noch den Pfosten getroffen hatte, Ryan O'Connor, jetzt mit dem 1 zu 0. Der Bulli gewinnt Michael Clarke und dann hält der Neuzugang einfach mal drauf und besorgt die Führung für die Roosters. Aber Iserlohn konnte das Tempo im zweiten Drittel nicht halten, Schwenningen kam zurück, erarbeitete sich auch Chancen und in der 32. Minute in Überzahl dann sensationell herausgespielt, McQueen sieht seinen Mitspieler vorm Tor und Blunden besorgt den Ausgleich. Hier hat McQueen eigentlich die Schussmöglichkeit, er spielt aber vor das Tor, dann nochmal der Querpass auf Blunden von Kanoni und Überzahltor, 1 zu 1 Ausgleich. Zwei Minuten später, die Scheibe kommt zum Kapitän, zu Fraser, der hält drauf und plötzlich steht es 2 zu 1 für die Schwenninger Wild Wings. Torschütze, aber nicht der Mann, der hier umarmt wird, sondern Torschütze, ein Debutant, Maximilian Hadraschek, erstes DEL-Spiel, erstes Tor. Hier ist er vorm Tor, arbeitet und dann fälscht er gleich den Schuss von Fraser entscheidend ab. Hier sehen wir es nochmal ganz genau, der Mann mit der 16 hält die Kelle rein, 2 zu 1 für die Wild Wings nach dem zweiten Drittel. Jason O'Leary, der neue Trainer der Roosters, musste sich was einfallen lassen für den Schlussabschnitt. Und rein in die letzten 20 Minuten, 53. Minute, der EC probiert es nochmal. Hier bleibt er aber hängen, Troy Borg ist derjenige, der dafür sorgt, dass Schwenningen die Scheibe gewinnt. Und Troy Borg ist derjenige, der vorne dann den nächsten Treffer markiert. 3 zu 1 nach 53 Minuten, erstes Saisontor für Troy Borg nach Vorarbeit von Marcel Kurt und Dylan Yeo. Es fühlte sich schon ein bisschen wie die Vorentscheidung an. Denn anstatt dass Iserlohn in den letzten Minuten nochmal Gas geben konnte, Überzahl für Schwenningen. Und das spielen sie dann clever runter. Andreas Tureson ist es hier mit dem 4 zu 1. Deckel drauf auf diese Partie in der 60. Minute. Hier nochmal Troy Borg, der Torschütze zu 3 zu 1, sieht seinen Mitspieler. Und dann macht er ziemlich gut die Erleichterung bei Christopher Fischer groß. Ja, ich denke, auf jeden Fall riesengroß fällt, dass wir jetzt endlich die drei ersten Punkte, den ersten Sieg auf dem Konto haben. Dass ich hier mal stehen darf nach dem Spiel und mich über den Sieg freuen kann. Ja, großes Lob an die Mannschaft. Strali hat super gehalten. Der Maximilian Hadraschek, Wahnsinn. Erstes DL-Spiel, macht sein erstes Tor, der Game-Winner auch noch. Ja, ich denke, eine gute Mannschafts-Reistung. Ja, ich meine, war am Schluss auch ein bisschen Frustration dabei, glaube ich. Ja, im ersten Drittel haben wir es gut gemacht, da haben wir gut gegengehalten. Ja, der Torwart von den Schwenningern hat uns das Leben heute nicht einfach gemacht. Aber nichtsdestotrotz muss da nach vorne mehr kommen. Wir müssen mehr Scheiben zum Tor, den Körper zum Tor bringen und einfach spielen. Und ja, wenn du das nicht machst, dann verlierst du zu Hause gegen Schwenningen. Schwenningen holt also die ersten drei Punkte der neuen Saison. Und Iserlohn auch im zweiten Heimspiel ohne Sieg. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.